Ja, Simon Kindschi, das erste Drittel, vor allem am Schluss gar nicht gelaufen, wie gedacht und wie vorgenommen wahrscheinlich. Ja, das ist genau so. Wir nehmen einfach zu viele Strafen und dadurch geben wir ihnen super Möglichkeiten zum Goalschießen und sie nützen es aus. Das müssen wir absolut gerade abstellen im zweiten Drittel. Ist der Thurgau auch so gekommen, wie ihr es erwartet habt? Ja, auf jeden Fall. Die kommen immer voll, wir müssen auch voll gehen und dann kommt das gut. Jetzt hast du gesagt, die Strafe abstellen. Ist das, was ihr jetzt auch bespricht, die Garderobe? Und was muss noch mehr gehen im zweiten? Ja, sicher. Wir müssen anfangen, die Beine zu bewegen, ihnen gar keine Möglichkeit geben, um in diese Position zu kommen. Und das ist genau das, was wir jetzt besprechen müssen. Danke, Simon Kindschi. Gutes Zeit Drittel.